hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video schön dass ihr wieder eingeschaltet habt ja benzin ist richtig teuer geworden und diesel auch man hat schon mittlerweile das gefühl wenn man an der tankstelle ran fährt hey ich wollte doch nur tanken und nicht gleich die ganze tankstelle kaufen kleine story was mir beim letzten tanken passiert ist und was mich richtig geärgert hat ich fahre auf der straße mein tank ist so gut wie leer das heißt ich muss tanken steuere in dem fall eine aral tankstelle an und ja gucke auf die anzeigetafel die serie 1,79 für e10 ganz schön teuer aber was soll ich machen ich muss tanken ich muss weiterfahren also fahre ich ran an die tankstelle macht den rüssel rein fang an zu tanken guck noch mal auf die zapfsäule auf einmal steht da 1,84 da ist es also in dem augenblick wo ich von der straße auf die tankstelle gefahren bin fünf cent teurer geworden ich habe dann natürlich nicht vollgetankt sondern den tankvorgang abgebrochen und habe eine günstigere tankstelle dann angesteuert wo ich aber auch nicht viel mehr geld gespart habe weil kraftstoff ist momentan einfach auf gut deutsch gesagt sauteuer ja wie kann man kraftstoff sparen es gibt viele sachen und viele tipps aber am meisten geld kann man tatsächlich sparen wenn man nämlich nicht in der nähe von autobahn tankt aber ein richtig guter tipp ist auch zur richtigen uhrzeit zu tanken der adrc hat das tatsächlich einmal ausgewertet ich möchte euch hier meine grafik vom adrc einblenden wann der beste zeitpunkt zum tanken ist es ist nämlich tatsächlich so dass das abends ist ich muss selbst einmal gucken es gibt hier verschiedene uhrzeiten morgens zum berufsverkehr ist es in der regel am teuersten na klar kurz vor der arbeit bevor ich noch auf die autobahn muss noch mal tanken ja teurer kann man gar nicht tanken es wird dann etwas günstiger gegen die mittagszeit rum ja kurz zum feierabend so 16 uhr steigt es dann wieder an und dann aber auch wieder etwas zu sinken und der günstigste zeitpunkt ist tatsächlich so ich würde sagen zwischen 19 und 22 uhr bevor es dann richtung 23 uhr wieder ansteigt also nachts tanken ist auch sehr teuer viele sagen ja tank mal richtig nachts da ist es am günstigsten nein dem ist nicht so es ist am günstigsten wenn man abends tankt aber nicht nachts also so die zeit von 19 bis 22 uhr würde ich euch empfehlen wer da noch zeit hat oder auch bock hat vielleicht auch nicht so weit von der tankstelle entfernt wohnt es kann sich tatsächlich lohnen dann noch mal vom sofa aufzustehen und die zapfsäule anzusteuern um dir ebenfalls das auto voll zu tanken die wochentage haben dabei immer nicht ganz so großen einfluss außer dass es natürlich zum wochenende allgemein hin auch mal teurer wird ich hoffe euch hat dieser kleine tipp gefallen und hilft euch vor allem auch weiter kraftstoff ist einfach saumäßig teuer den größten anteil mittlerweile machen tatsächlich die steuern aus wer die möglichkeit hat und irgendwo grenz nähe wohnt in polen zum beispiel ist es um einiges günstiger ich denke die zahlen so um die 1 20 grader um auch in österreich wer da an der grenze wohnt knappe 30 cent billiger ja der deutsche staat und die steuern da verdient er sich dumm und dämlich und wir autofahrer zahlen ja das war mein video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst einen daumen nach oben da abonniert gerne meinen youtube kanal und dann sehen wir uns hoffentlich auch bald im nächsten video wieder bis dahin